Ja, kommt gut. Der ist ja auch nicht doof. Wie haben Sie das? Wie haben Sie das? Äh, jetzt glaube ich noch zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja, vier Wochen wollte er. Ja, sag mal. Der muss ja unwahrscheinlich das Vertrauen zu geben, dass der dir alles übernässt. Ja, ja. Sein Ausdruck, glaube ich. Ich sag nicht. Ah. Ne, möchte ich nicht. Was ist das? Was ist das für alles? Fasten. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Komm, das ist für dich. Peter und ich, wir gehen auch hin. Wir holen uns. Oh, jetzt hab ich dir weh. Nee, nee, nee. Ach, mein Freund. So, Schert.